über den Tellerrand. Der Name ist Programm. Wir beleuchten Themen aus den Bereichen Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelverarbeitung und Lebensmittelkonsum, die uns alle bewegen. Wir fragen Experten und wir bieten Perspektiven an. Wir liefern Fakten, die helfen, eine Meinung zu haben oder zu bilden. Wir geben keine Meinung vor und bewerten nicht. Wir, das sind Ursula Regler und Christoph Zezene. Und heute sind wir zu Gast am Gut Eiderbichl, nahe Salzburg, nahe dem Ort Hennendorf, im Flachgau ist das, glaube ich. Und mit uns der Geschäftsführer vom Gut Eiderbichl, der Herr Ehrengruber. Grüß Gott, ich freue mich, dass wir da sind. Ich habe gelesen, das ist hier das Paradies der Tiere. Ist das richtig? Ja, ich war noch nie im Paradies. Wir hatten gehabt, Sie beschreiben uns das jetzt. Aber wir haben es einmal als solches bezeichnet. Und ja, für viele Tiere ist es das Paradies, weil es so quasi dann ihre Rettung war, dass sie zu uns hierher kommen haben können und dann bis an ihr Lebensende bei uns bleiben dürfen. Aus deren Sicht würde ich mal sagen, ja, es ist das Paradies. Aber wenn man sich so umschaut, ist dieser ganze Ort und das Eiderbichl heißt ja, dieses Gebiet heißt ja Eiderbichl. Ist ja altkeltisch und Bichl ist der Hügel, Eid ist das Feuer und es ist ein alter keltischer Kraftplatz. Ja, und da ranken sich ja viele Mythen um den Platz. Ich bin da selber nicht so bewandert bei diesen Dingen, aber viele Menschen sprechen diesem Ort ganz am mystischen Hintergrund zu. Wenn ich es jetzt so im Revue passieren lasse, in den letzten 20 Jahren sind schon viele Dinge passiert, die man sich oder die ich mir gar nicht so hätte vorstellen können. Alleine bei meiner Begegnung, wie ich dem Michael Auffasser begegnet bin und wie er gesagt hat, dass er was gründen will, wo Tausende und Millionen von Menschen hinkommen werden und über Tiere sprechen werden, da war dieser Ort noch nicht einmal im Gespräch oder gekauft oder sonst irgendwas. Aber das heißt, Sie sind ein Mann der ersten Stunde, also von Beginn an dabei? Ja, ich bin ein Mann der ersten Stunde. Ich habe ihn vor der Zeit, ich habe ihn 1998 kennengelernt, dann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren, aber wie es dann richtig losging, war ich mit dabei oder habe ich mit dabei sein dürfen. Jetzt hört man ja schon ein bisschen die Hauptbewohner hier im Hintergrund und nachdem es ja ein Podcast ist und niemand sieht, wo wir stehen, würde ich vorschlagen, wir gehen einmal ein bisschen los und Sie zeigen uns einmal ein bisschen und erzählen uns währenddessen, wo wir da sind, damit unsere Hörer ein bisschen ein Bild bekommen, oder? Genau, und jetzt gehen wir mal in den Innenhof, würde ich sagen. Die Anlage hat aber original natürlich nicht so ausgeschaut, nehme ich mal an, oder? Ja, an der Stelle stand ein altes Bauernhaus. Wirklich an der Stelle, also diese Seite ist dann quasi neu, aber darum gehen wir euch jetzt in den Innenhof. Ja. Vielleicht sollten wir unseren Hörern ein bisschen so erklären, wie es da ausschaut. Es ist eigentlich eine Anlage wie ein, ich würde sagen, ein Fünf-Stern-Hotel. Und man sieht jetzt freilaufende Schweine, die ich gerade nicht identifizieren kann, was sie für eine Rasse sind, ein Hühner und einen Pfau im Gehege. Die Esel haben wir auch schon spazieren gesehen, da vorne gehen die Ziegen. Ja, ich glaube, das war eigentlich sowieso immer die Grundidee von Gut Eiderbichl und auch von diesem Platz, dass so viel wie möglich Tiere freilaufen und dass sie den Menschen einfach begegnen und auch umgekehrt. Und diese Begegnung zwischen Mensch und Tier, das war uns von Anfang an einfach wichtig. Weil, ja, wenn das Wissen über Tiere verloren geht, ist das schlimm. Wenn die Empathie für Tiere verloren geht, ist wahrscheinlich das Schlimmste. Jetzt befinden wir uns quasi im Innenhof, beim Hauptgebäude. Das wurde damals neu errichtet. Also die beiden Gebäude wurden damals neu errichtet, 2000. Das Hauptgebäudeunternehmen ist ein großes Gebäude, das wir heute umfunktioniert haben. war aber damals die Reithalle. Also er hat sie eigentlich für sich selber gebaut, der Herr Aufraser, ursprünglich am Anfang. Für seine Tiere, er hatte damals 38 private Tiere und Pferde und er hat, man muss das einfach Revue passieren lassen, jetzt 20 Jahre und war damals wahrscheinlich einer der Ersten, der für seine Pferde eben, er hatte damals auch teure Privatpferde, Frisurpferde. Es laufen gerade die Ziegen an uns vorbei. Ja, alle Scherzen. Und kritisieren, dass wir nichts zum Fressen dabei haben. Ja. Und hatte teure Privatpferde und hat denen halt auch die Freiheit geschenkt. Er ist damals auch noch geritten, also noch vor der Eröffnung. Und ja, eines Tages ist er dann vom Pferd abgestiegen und hat dann gesagt, ab dem heutigen Tag braucht kein Tier mehr was für mich tun, sondern jetzt stehe ich im Dienst der Sache. Hat aber noch keiner gewusst, was er damit meint. Und das heißt aber seine Geschichte vielleicht ganz kurz, ich kenne sie auch nicht. Das heißt, er hat privat einfach einen Bezug zu Pferden als Sportpferde gehabt? Ja, er ist immer gerne geritten in der früheren Zeit. Ich bin kein Futter. Und hat aber, er war früher schon im Tierschutz wirklich, Achtung im Mikro, aktiv. Hat über 2000 Hunde zum Beispiel aus Spanien geholt und die bei uns vermittelt. Das heißt, immer schon einen Bezug zu Tieren. Ja, aber immer. Oh, siehst du die Maske? Meine FFP2-Maske ist der Ziege zum Opfer gefallen, aber ich habe eine zweite mit. Aber jetzt hat sie es verstanden, dass wir nichts zu fressen waren. Ja, die schmeckt nicht, die Maske. Ja, und dann hat er, hat diese Tiere, die Hunde gerettet, hat mich dann oft eingeladen, oder eine Szene war er, hat mich eingeladen nach München in den Bayerischen Hof, hat gesagt, komm vorbei. Die hat mir damals gesagt, der Bayerischer Hof in München ist ja toll. Und wie ich dort hingekommen bin, waren einige Zimmer mit Hunden belegt und der hat mich dann nur gebraucht, damit ich die Hunde dann wirklich vermitteln und herumfahre. Ja, ja, war eine spannende Zeit. Er war immer für Überraschungen gut und er war natürlich durch seine Tätigkeit vorher im Tourismus weltweit unterwegs und hat dieses Tierleid gesehen. Und ja, es hat ihn nicht mehr losgelassen und irgendwann hat er gemeint, wir müssen da institutionell was machen. Ja, sind wirklich jetzt vornehmlich Nutztiere hier, weil ich sehe, die Schafe, die Esel. Ja, insgesamt gibt es 35 verschiedene Tierarten. Jetzt da zum Beispiel sind wir bei einer spannenden Schafgruppe. Zackelschafe, oder? Genau, Zackelschafe, das sind die mit den Hörnern. Dann haben wir da Schwarzenasenschafe und das sind alles bedrohte Tierarten. Also die sind natürlich für die Zucht nicht geeignet, die sind zu klein, sind aber natürlich sehr robust. Ja, und das ist, gut, Eiderbüchel versteht sich auch. Lieben diese Tiere nur da oder werden die auch in irgendeiner Art und Weise landwirtschaftlich genutzt? Überhaupt nicht. Unsere Tiere müssen überhaupt nichts leisten. Sie sind nur da, damit sie da sind und dass sie den Menschen zeigen, dass sie auch ihren Platz in der Gesellschaft brauchen und dass nicht alles, was nichts bringt, weg muss. Und sie sind eigentlich ein Symbol dafür, dass die Menschen einfach wieder mal sehen, oh, so sieht eigentlich ein Sackelschaf aus oder ein Schwarzenasenschaf. Und die, die sich dann interessieren, können dann mehr über diese Tiere erfahren. Und wir hoffen einfach über diese Begegnung, dass bei den Menschen was hängen bleibt. Und würde es nicht einen Sinn machen, wenn man sagt, gerade bei den Schafenbleiben oder bei den Ziegen oder auch bei den Kühen, wenn die schon da sind, also ohne dass man es jetzt überstrapaziert, deren Milch oder andere Dinge zu nützen? Also ohne sozusagen es auszunützen? Die, die zu uns kommen, also Sie meinen wirtschaftlich, oder? Ja, einfach zu konsumieren, für den Eigenbedarf hier, die Milch zu nutzen. Naja, wenn ich sage, wir nutzen unsere Tiere, dann stimmt es nicht, dann stimmt es nicht ganz, weil die Eier von den Hühnern, die essen wir natürlich schon. Also wir schmeißen nichts weg. Und die Produkte, die abfallen, die verwenden wir und benutzen wir. Aber die Kühe, die zu uns kommen, sind meistens trockengestellt. Und wir hatten einmal ganz früher vor, dass man die Mutterkuhhaltung, die Milch, die übrig bleibt. Dass wir dann die Eiderbichlbutter machen, Eiderbichljoghurt. Nur haben wir nicht mitbedacht, dass die Tiere sich wirklich auf ihre Kinder einstellen und dass da eigentlich nichts übrig bleibt. Nein, bleibt nichts übrig. Also wenn man die dann nicht speziell halt noch animiert für die Produktion. Und jetzt sagen wir gerade bei den unterschiedlichen Tieren, wenn wir bei den Schafen nochmal bleiben, die wir hier sehen und bei den Ziegen. Die kommen, weil jemand sie bringt und sagt, ich kann mich nicht mehr darum kümmern oder weil sie sie wo abholen, weil sie schlecht gehalten. Was ist die Geschichte der einzelnen Tiere? Wie kommt ein Tier auf gut Eiderbichl? Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Zugänge. In den letzten 20 Jahren haben wir über 14.000 Tiere quasi gerettet, die zu uns gekommen sind. Und im Jahr sind so 5.500 Anfragen von Menschen, die sich mit einem Problem an uns wenden. Also die, die irgendwo einen Mischstand entweder aufzeigen oder die sagen, ich habe einmal ein Reh mit aufgenommen oder habe ein Schaf gerettet, habe das mit der Hand aufgezogen. Jetzt kann ich es aber bei mir in der Wohnung nicht mehr halten. Aber der Großteil der Geschichten sind einfach, dass Menschen in ihrer Situation ein bisschen überfordert sind. Was jetzt ganz oft kommt, ist, dass Menschen auch in unserem Alter sagen, ich habe ein Pferd, ich habe einen Hund, ich habe auch ein Schaf, ich bin aber selber leider gesundheitlich nicht mehr in der Lage, das zu halten. Könnt ihr nicht meine Tiere aufnehmen? Und wahrscheinlich auch mit zunehmender Bekanntheit sind wir da eine Anlaufstelle für Menschen geworden, die einfach ein Problem mit ihrem Tier haben. Und kommt es oft vor, dass man sagt, es meldet sich jemand, der einen Missstand in der Tierhaltung beim Nachbarn oder woanders. Und wie geht man dann damit um vor allem? Ich muss sagen, diese Tiergeschichten oder diese Tierrettungen, wie wir sie früher hatten, dass vielleicht die Nutz-Dierhaltung schlecht war, dass ein Missstand gesehen wurde, kommt immer wieder vor, ist aber eher selten. Der Esel drängt sich auch ins Gespräch. Wer bist du? Der Benni. Benni? Der Berne? Hi, Berne. Wir müssen kurz das Gespräch unterbrechen, weil Berne möchte auch mit dabei sein. Berne hat was zu sagen und auch er wundert sich. Hätte auch gerne Futter. Ich habe wirklich nichts, aber natürlich ein strategischer Fehler mit leeren Händen zu kommen. Schau, aber ich kann aushelfen. Ah, schau. Mit einer Karotte. Berni? Eine Karotte. Berni? Magst du? Haben wir große Karotten auch? Karotte? Wehe, du frisst meinen Finger. Mückige Ausbeute. Es schmeckt. Berni kracht, es schmeckt, die Karotte. Aber ein bisschen winzig. Ich wäre enttäuscht. Wenn Sie so viele Tiere hier betreuen, 14.000 sozusagen im Durchlauf, muss ja die Finanzierung ein enormes Problem sein, oder? Zumindest eine Herausforderung. Ja, die Finanzierung ist ein richtiges Thema, aber ich möchte den Gedanken von vorher noch abschließen, ganz kurz. Also diese Ausreißer bei der Tierhaltung und so, das glaube ich, hat sich in der Summe schon verbessert. Ich glaube, dass die Menschen schon dazugelernt haben und dass die in der Summe schon besser mit ihren Tieren umgehen. Aber bei uns werden zumindest diese Geschichten weniger. Ja, das heißt, es geht mehr darum, dass jemand selbst sagt, er ist überfordert oder kann sich nicht mehr kümmern, also aus der Eigenheit. Ja, oder auch, aber wie Sie sagen, es ist oft, glaube ich, das Thema der Überforderung, das mitspielt. Also das bewusste, schlechte Halten von Tieren gibt es immer wieder, aber Gott sei Dank immer seltener, aus meiner Beobachtung. Und aber das ist, weil wir vorher kurz angesprochen haben, wir reden da von Nutztieren und von klassischen Haustieren, ist das ganz gemischt? Also Haus- und Heimtiere, wer aller kommt sozusagen hierher? Früher war es jetzt so, dass natürlich, wie das begonnen hat, die Bauernschaft und so, die waren natürlich, die waren alle ein bisschen verunsichert, was da entsteht und ist das jetzt ein Musterhof für die Landwirtschaft oder was soll das da sein oder ein Altersheim für die Tiere? Es ist dann schon so gewesen, dass die ersten Bauern gekommen sind und gesagt haben, da ist die Resi, das ist eigentlich meine Lieblingskuh. Ich gebe es euch und ich will, dass die weiterlebt, aber es darf ja keiner wissen. Und ihr dürft es ja nicht sagen und schon gar nicht meiner Frau, sonst glaubt ihr, ich bin komplett. Und so waren am Anfang diese Dinge oder das Lieblingsschwein, das ein Bauer gebracht hat. Wir haben zu den Bauern eigentlich immer einen super Kontakt, mit denen haben wir sie eigentlich auch aufgebaut, weil es ist ja eine landwirtschaftliche Tätigkeit, die wir da jeden Tag durchführen und wir brauchen sie auch. Und einfach das, und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass sich alle zu ihrer Tierliebe bekennen und das hilft ja auch dann auch der Wertschätzung und vor allem dem Produkt. Aber wie Sie vorher angesprochen haben, die Finanzierung war von Anfang an ein großes Thema. Und umso mehr Tiere, umso mehr Geld brauchen wir natürlich, wir reden jetzt schon von, in der Summe, in allen sechs Ländern, für alle 6.000 Tiere, sprechen wir schon in der Tierhaltung von 38.000 Euro Tageskosten. Sechs Länder, Entschuldige, sechs Länder, also es gibt noch Dependancen, oder? Genau, das ist so der Stammsitz hier, hat alles begonnen. Da oben im ersten Stock, da sind wir immer gesessen, der Herr Aufhauser ist immer herunten gewesen. Also das wird jetzt auch so nach 20 Jahren unser kleines Eiderbüchelmuseum, wie alles begann, sodass die Menschen ein bisschen einen Eindruck davon kriegen. Und die Dependancen, ja genau, von hier hat sie sich dann einfach entwickelt. Aber es war nie so, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt größer werden, sondern wir haben einfach Platz für Tiere gebraucht. Es gab auch keinen Masterplan, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt die Welt verändern oder wir wollen jetzt, das eine hat das andere ergeben. Und was wir schon gemerkt haben, ist, wenn Tiere kommen, brauchen wir mehr Platz. Und so ist diese Erweiterung gekommen. Sind das Partnerbetriebe oder sind das, ist das das Gut Eiderbüchel selber auch in der, ich weiß es nicht genau, Deutschland, nehme ich mal an, Schweiz eventuell? Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Rumänien und Ungarn. Überall dort haben wir Projekte verschiedenster Art. Aber es ist im Grunde alles Gut Eiderbüchel. Es sind Kooperationen, es sind gepachtete Höfe, es sind Höfe, die der Stiftung gehören. Und ich habe jetzt gerade nur eine Kune-Kune-Schwein gesehen, die ist gerade beim morgendlichen Jog, ich weiß nicht, wo es hinläuft. Ich gebe mir ihr nach. Und das heißt, es ist immer aus Bedarf heraus, sind die Standorte entstanden? Die Standorte sind daraus entstanden, weil, zum Beispiel, warum ist Frankreich entstanden? Vor zehn Jahren ist eine Dame gekommen, die gesagt hat, sie hat ein Anwesen in Frankreich. Und da haben wir gesagt, was wollen wir in Frankreich? Und wir haben ja selber. Und dann hat sie gesagt, das Anwesen ist 65 Hektar groß. Also waren wir schon im Auto, waren wir schon unterwegs nach Frankreich und haben uns das angeschaut. Und natürlich dort ein tolles, ein richtiges Paradies für Tiere, weil das ist eingezäunt mit einer Mauer, mit eigenen Seen, mit tollen Eichenwäldern und einfach ein Rückzugsort für Tiere. Also dort können sie auch in Würde alt werden. Wie finanziert man 38.000 Euro Tageskosten? Indem wir normalerweise offen sind, 365 Tage an drei Standorten. Das ist hier in Hennendorf, dann das Gut in Deckendorf und in Ifeldorf. Beide in Deutschland, oder? Das sind beide in Deutschland. Und da haben wir so zwischen 250.000 und 300.000 Besucher im Jahr. Aber unsere große Stütze sind unsere Mitglieder. Wir haben jetzt 75.000 Mitglieder, die monatlich einen Beitrag übernehmen. Und da gibt es natürlich Großsponsoren, aber das Projekt wird von vielen, vielen Einzelspendern getragen. Sind das Paten für Tiere? Das sind unsere Eiderbichler und unsere Paten, genau. Wir haben irgendwann einmal begonnen und gesagt, es wäre doch schön, oder der Haufhaus hat doch einmal gemeint, ja, wenn wir für jedes Tier einen Paten hätten, dann müsste er nicht so viel Geld reinschießen. Und dann habe ich gesagt, ja, das kriegen wir wohl hin, da hatten wir, das sind halt 80 Tiere. Und dann sind immer mehr Tiere geworden und ich habe gesagt, na, für jeden Einzelnen einen Paten. Und dann musst du quasi das Geld vom Herrn Müller der Kuh Susi zuweisen. Irgendwie ist das ein bisschen blöd. Das müssen wir schauen. Und dann sind wir auch draufgekommen, dass die Menschen sagen, der Beitrag, den ich monatlich bezahle, ist symbolisch. Ob denn jetzt der Esel der Börne frisst oder das Zackelschaf Susi oder wie auch immer, das soll in den Topf und soll einfach die Unterhaltskosten mithelfen zu decken. Und so hat sich das entwickelt mit der symbolischen Patenschaft. Was ist eigentlich mit Tieren, die hier geboren werden? Das sind ja dann keine Tiere, die sozusagen in Not sind. Bleiben die dann auch da? Also wir züchten keine Tiere. Wir züchten keine Tiere. Es kommt vor, dass Tiere trächtig zu uns kommen. Ja, und das sieht man natürlich bei... Wo ist ein Schaf, der bei uns unterwegs ist? Ich hätte gesagt, die wird Mama, oder? Nein, die wird nicht Mama. Die ist so. Die ist so. Ich habe ja keine Ahnung. Aber wo ist ein Schaf? Und da sieht man halt, da beim Calimero, da sieht man halt, wie ein Tier aufwächst, wenn sie überhaupt keine Angst haben oder wenn sie überhaupt nie irgendwas Negatives erfahren haben. Aber grundsätzlich züchten wir nicht. Aber wenn Tiere trächtig zu uns kommen, dann dürfen sie natürlich auch bei uns bleiben. Und bleiben auch in der Lebensgemeinschaft bei der Mama. Aber die Tiere hier leben ja in Herden irgendwie. Das heißt, die züchten ja quasi von ganz alleine. Also auch wenn es nicht ihr Zweck ist. Ja, aber es sind alle kastriert oder unterbunden, ja. Also wir haben so viele Anfragen, dass wir wirklich nicht züchten wollen. Und ja, die Warteliste ist so lang, dass wir uns über Nachschub keine Gedanken machen. Gehen wir ein Stück weiter? Ja. Müssen. Nachdem wir offensichtlich keine jungen Tiere. Junge Tiere kommen ja eher nicht, oder? Kommen alte Tiere her? Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. In erster Linie kommen natürlich die Tiere zu uns, die dann im Alltag wahrscheinlich Probleme bereiten. Ältere Tiere, die dann auch Geld kosten. Kranke Tiere, die zu uns kommen. Das ist eher so an der Tagesordnung. Tiere, die Probleme bereiten, dann wird es auch Personen geben müssen, die sich besonders konkretieren auskennen, um mit diesen Problemfällen umzugehen. Genau. Es ist natürlich wichtig, dass man Mitarbeiter und geschulte Mitarbeiter hat. Und ich glaube, das ist uns in den letzten zehn Jahren schon gelungen. Wir haben versucht, Mitarbeiter selber auszubilden, dass wir mit Kooperationen, dass sie bei Tierärzten lernen, dass sie, wir haben eine Kooperation mit der österreichischen Tierpflegerschule, dass dort die Schüler rauskommen. Und wir haben natürlich den großen Vorteil, wir haben viele, viele Tiere und in jeder Altersgruppe. Und das ist nicht selbstverständlich, dass du halt bei einem Schwein, das zehn Jahre alt ist, einfach auch lernen kannst. Da kommt gerade jemand daher. Ja, das ist der Casanova. Casanova? Kune-Kune-Schweine. Kune-Kune-Schweine. Genau. Und das ist auch eine aussterbende Tierart. Ja. Kommen aus Neuseeland. Und man sieht, die Tiere bei uns sind sehr menschenbezogen. Und die wirken recht entspannt. Sie wirken recht entspannt und eben auch für die Zucht oder für die Fleischproduktion gelten sie wieder als ungeeignet. Aber schade, Casanova kann sogar sieben. Und der Casanova, den hat eben wer nicht mehr brauchen können? Oder warum ist Casanova am Hof? Wir werden um zehn geügt von Kune-Kune-Schweinen. Da kommen noch mehr. Und vor allem jetzt kommt überhaupt ein tolles Projekt zu uns. Wir kriegen jetzt von der Wettmeld ohne Wien, kriegen wir jetzt 38 Kune-Kune-Schweine. Wow. Weil das war dort, die haben mit diesen Tieren... Forschungstiere wahrscheinlich. Genau, so haben Forschungstiere, haben dort Verhaltensforschung betrieben. Der Esel sagt, er möchte auch im Mittelpunkt stehen. Es ist hier wirklich sehr kunterbunt, muss man sagen. Und das heißt, die werden für die Forschung nicht mehr eingesetzt und kommen dann hierher... Genau, das Forschungsprojekt ist dort ausgelaufen, aber so wie uns die Eva das gerade zeigt, mit dem Casanova, dass er Sitz machen kann. Ja, erstaunlich. Wir werden auch so Verhaltensthemen noch weiter bei uns auch mit denen durchführen, aber aus einem einzigen Grund, um auch den Menschen zu sagen, dass diese Tiere genauso gescheit sind wie eine Katze oder ein Hund und dass sie da von der Intelligenz nichts trennt. Nur weil sie keine Gesichtsmuskel haben, weil sie die Mimik nicht so haben wie Hunde, sind sie genauso lieb und ja. Das bringt uns zum Thema, weswegen wir eigentlich hier sind. Das Thema dieser Staffel ist Tierwohl. Ja. Und da Christoph und ich haben in der Vorbereitung überlegt eben auch, wer wäre ein Gesprächspartner. Und ich finde oder wir finden, Tierwohl ist so ein Begriff, wo schon wieder jeder beginnt, irgendwas hineinzuhalten, für sich selbst zu definieren, was es ist. Ein sehr schwammiger Begriff, der dadurch auch sozusagen ausgelegt werden kann und, und, und. Und ich habe gesagt, wir versuchen mit diesen Gesprächen, die wir zu der Staffel führen, ein bisschen griffiger zu verstehen. Flöcke einzuschlagen. Also das heißt, Tierwohl, wer definiert es? Und weil Sie gerade das Thema angesprochen haben, auch Wissen zu vermitteln, was sind tierische Bedürfnisse? Also ich finde, man sieht immer noch sehr stark, dass Menschen oft Tiere vermenschlichen, von Temperaturanforderungen über Futter, über ich weiß es nicht. Und ich habe selbst in Erinnerung von den ersten Jahren, ich war irgendwann einmal hier bei einer Veranstaltung und es gab Fotos, wo in der Stuben oder beim Stubenfenster das Pferd, den Schlagauwass vom Teller frisst. Das hat sich bei mir so eingebracht, das kann doch nicht sein, das ist nicht verstanden oder das ist nicht das, was man dann Tierwohl wahrscheinlich versteht oder so, wie Sie es heute beschreiben. Und wir wollen ein bisschen da irgendwie sozusagen diskutieren, was macht Tierwohl aus? Also das Foto mit dem Schlagauwass war natürlich kein Foto zum Thema Tierwohl, sondern zum Thema Marketing. Dass Sie es heute noch wissen, können wir mal sagen, hat funktioniert. Mäuschen, ich habe nichts für dich. Wir haben natürlich dieses Thema aus einer wirklich, wirklichen Nische rausholen müssen. Und wir haben damals diese ganzen Unanständigkeiten, die man mit Tieren gemacht hat, wir haben das gefilmt. Das heißt, es war eine bewusste Sichtvermachung? Der Grund war ein anderer. Wir haben am Anfang so viele, wir haben das Häuten der Hunde für die Pelzbesätze bei den Jacken, wir haben diese ganzen Dinge, die Pelzproduktion, wir haben diese ganzen Filme gedreht und wir haben gesagt, okay, wie ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das spielen wir jetzt den Fernsehstationen zu, und dann wird sich richtig was ändern. Die Fernsehstationen haben es nur einmal gebracht um 2.30 Uhr in der Früh. Dann haben wir gesagt, naja, diese grausigen Bilder, irgendwie müssen wir schauen, dass wir für die Tiere was weiterbringen, eine bessere Positionierung. Aber so funktioniert es nicht. Und dann eben über solche Fotos und über die Prominenten, die dann zu uns gekommen sind, sind die Medien einmal aufgesprungen und auch siehe da, dann waren wir mal im Gespräch. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn das so gehen soll oder muss, dann haben wir einfach einmal so angefangen, auch einmal Interesse für unsere Themen überhaupt zu erzeugen. Und das war eher in die Richtung. Jetzt, nach 20 Jahren, versuchen wir mit unserem eigentlichen Thema mehr zu punkten. Wir behaupten seit 20 Jahren, dass wir wissen, wie sich Tiere wohlfühlen. Da geht es um Themen, nicht nur die Fütterung, die Unterbringung, Partnerschaften, wer passt am besten zu wem. Und wir haben jetzt eine Kooperation mit der Wettmildone Wien, mit der ETH in Zürich, mit der Sandgrubstiftung in der Schweiz. Und wir machen jetzt ein Projekt, das nennt sich Quality of Life. Also wir erforschen jetzt mit Hilfe der UNE die Lebensqualität von Tieren und haben jetzt bei Pferden einmal begonnen. Und da werden die richtig vermessen, da kriegen GPS-Tracker, die werden beobachtet, das sind Feldforschungen, gibt es PhD-Studenten, die sich nur um dieses Thema kümmern. Und jetzt wollen wir jetzt das, was wir jetzt so quasi aus dem Bauch raus oder aus der Erfahrung entscheiden und glauben, dass es den Tieren gut geht, jetzt wirklich auch untermauern. Wissenschaftlich, und das soll irgendwann einmal ein Booklet werden, wo jeder einzelne Tierbesitzer sagen kann, jetzt schau ich einmal nach. Aber mir ist wichtig, dass es immer verständlich ist und dass es einfach für jeden verständlich ist. Weil es sollen ja die verstehen, die die Tiere auch haben. Quality of Life, das finde ich spannend. Und vor allem, wenn man es wissenschaftlich begleitet und dann auch übersetzt irgendwie sozusagen für den allgemeinen Tierhalter oder die Tierhalterin. Ich persönlich, ein Thema mit dem, das man oft hört, das Tier ist glücklich oder man wünscht sich glückliche Tiere. Wie weiß ich denn, ist es überhaupt der richtige Anspruch, glücklich, das für mich ist eine Vermenschlichung vom Anspruch her. Oder ist es ein gutes Leben zu führen, wenn es ein Nutztier ist, gehalten, auch Haustiere richtig gehalten zu werden. Ist glücklich eine Kategorie? Ich glaube, wenn man Tiere hält, muss man, darf man es glaube ich nicht mit dem eigenen Ego verwechseln. Weil man muss, glaube ich, einen Schritt zurückgehen. Und das war das Erste, das der Herr Auffasser zu mir gesagt hat, wenn du bei Eiderbichl tätig bist, muss das Ego unten beim Tor bleiben. Weil nur weil wir wie Tieren arbeiten, haben wir auch nicht mit Menschen abgeschlossen. Sondern wir sind ganz normale Menschen, die mitten im Leben stehen und wir haben auch nicht Tiere, weil wir irgendwas anderes kompensieren wollen. Sondern weil wir denen einfach nur ein bisschen eine bessere Position in der Gesellschaft oder ihren Platz in der Gesellschaft geben wollen. Und dass sie auch dazugehören. Mehr und nicht weniger. Und wenn Tiere glücklich sind. Wenn mein Hund in der Früh aufsteht, oder meine Hunde, dann habe ich das Gefühl, dass sie sich freuen und dass sie in dem Moment, wie man schon so sagt, glücklich sind. Weil sie wissen, jetzt geht es raus, jetzt gehen wir Gassi. Und sie freuen sich auf das Futter. Und ich glaube, man sollte einfach ein zuverlässiger Partner sein. Wir merken, dass Tiere wirklich aus den schlimmsten Situationen zu uns kommen. Wirklich, da haben wir Dramatische. Und wir sehen auch, dass sie den Menschen verzeihen. Man muss sie nur anständig versorgen. Sie brauchen ein zuverlässiger Partner sein. Wenn es geht, um jeden Tag um die gleiche Zeit füttern, genügend Auslauf. Es gibt ein paar gewisse Parameter. Und dann hat man schon mal das meiste abgedeckt. Ob man wirklich eine RMS-Decke drauflegen muss bei einem Pferd. Dass das Pferd glücklich ist. Das glaube ich, wage ich zu bezweifeln. Eher ein bisschen zu glücklich. Ja, aber da ist eben genau dieser Punkt, wo es schwierig wird, um das Glück bei Pferden zu messen. Das ist dann das eigene Glück eher. Was gibt es denn noch für Tiere? Da hinten sehe ich einen weißen Hirsch. Wenn ich das jetzt wie in der Richtige kenne. Da haben wir einen weißen Darmhirsch. Dann haben wir ein Rotwild. Einen Hirsch haben wir auch noch hinten. Es soll den Menschen auch bei dem Runkern, die Tiere, die sollen sich auch ein bisschen zeigen und vorstellen. Und zum Beispiel beim Hirsch ist es schon auch interessant gewesen, dass, ich würde einmal sagen, 95% der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, nicht gewusst haben, dass die das Geweih abwerfen und dass das in 145 Tagen wieder nachwächst. Das ist ein richtiges Wunder der Natur. Aber warum lebt er da jetzt im Gehege und nicht im Wald? Weil das ein Gehegehirsch ist und weil der ist zu uns gekommen. Der war halt für die Zucht nicht optimal geeignet. Und dann ist er zu uns gekommen und er lebt jetzt bei uns im Gehege, um sich den Menschen zu zeigen. Die Graugänse melden sich, sind ganz aufgeregt. Das sind natürlich gute Wächter, gell? Ja. Also die haben wir jetzt richtig gestört. Das heißt, die passen auf den Darmhirsch. Und dort, die Gruppe, ist auch ganz spannend, das sind Lockengänse. Auch eine aussterbende Tierart, also die Federn, die so ein bisschen runterhängen, nennt man Locken. Das sind, wie beschreibt es mal kurz, weiße Gänse, die ausschauen, wenn sie ein bisschen zockt werden. Ja, genau. Aber das gehört so. Und die Graugänse kommen auf uns zu und schauen ein bisschen böse aus. Ich sage es nur. Ja, sie haben das jetzt gar nicht so gerne, dass wir die jetzt besuchen. Wir mögen das auch nicht besuchen. Oder wir interpretieren das einmal als Freude. Okay. Ja, aber siehst du denn schon? Ja, guau, 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 guau. Gott, sie zwitten. Ich habe ein bisschen Respekt. Ich habe ein wenig Respekt. Ein abgeworfenes Hirschgeweih. Genau, da in diesem Kasten haben wir ein abgeworfenes Hirschgeweih. Das war von seinem Vorgänger, vom Burli. Und wenn du das einmal in die Hand nimmst, wie schwer das ist. Das ist enorm. Und das mal zwei. Da kann man sich vorstellen, was die da am Kopf tragen und dass das ein richtiges Wunder der Natur ist. Wie heißt der Darmhirsch? Wir werden verfolgt von Graugängsen. Hermes heißt das? Hermes, genau. Könnte auch so sein. Ja, und der Darmhirsch, weiße Hirsch, es bringt ja anscheinend ein totales Unglück, wenn man einen weißen Hirsch erschießen würde. Und der Franz Ferdinand oder irgendwer hat doch einen weißen Steinpack geschossen. Genau, und dann ist das Unglück über ihn gekommen. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass bei Ihnen auch Schimpansen leben. Ja, und das ist ein ganz besonderes Projekt. Die leben aber in Gensendorf. Okay. In Gensendorf bei Wien. Das ist eine große Anlage. Das wäre übrigens auch einmal ein Thema für eigene Geschichte wahrscheinlich. Der Wildtierpark. Wo der ehemalige Safaripark war, oder? Der ehemalige Safaripark haben wir übernommen. Ah, okay, das wusste ich nicht. 2009. Und dort leben 34 traumatisierte Laborschimpansen. Und wenn man das dort sieht oder auch hört, das ist eine richtige bedrückende Stimmung natürlich. Die sind wirklich Wildfänge, sind dann ins Versuchslabor gekommen. Ja, und der Safaripark ist 2009 in den Konkurs gekommen. Und da hat sich die Republik einen Nachfolger gesucht, der dieses Projekt betreuen kann. Ja, und wir, ja. Die Jane Goodall hat einmal zu uns gesagt, dieses Projekt ist richtig schwierig. Und Schimpansen sind richtig schwer zu halten. Aus einem einzigen Grund. Weil die den Menschen zu 98,7% ähnlich sind und genauso wie Menschen handeln. Tiere, wir haben ja schon besprochen, wenn man zu denen zuverlässig ist, wenn man denen eine Zuverlässigkeit gibt, dann hat man kein Problem eigentlich. Bei Schimpansen ist das anders. Eine verliebte Pflegerin hat sich dann einmal die Haare färben lassen in einer neuen Beziehung. Dann hat der Schimpansen nichts mehr von ihr genommen. Die Konsequenz war wieder zurück. Wirklich? Wahrscheinlich war er eifersüchtig. Okay, interessant. Und die Schimpansen werden dort, also wie leben die dort? Oder was probiert man denen wieder zu ermöglichen? Die leben dort in großzügigen Anlagen und wir haben denen Außenanlagen gebaut. Also es war wirklich so, dass die nach teilweise 30 Jahren in Gefangenschaft das erste Mal wieder raus durften. Wie alt werden schon Schimpansen? Die können schon 65 Jahre alt werden. So wie wir. Ja, hoffentlich plus, 65 plus. Gibt es da überhaupt eine Chance oder Hoffnung, dass man traumatisierende Erlebnisse, also vergessen die auch oder bleibt das? Schwierig. Also ich bin jetzt kein Schimpansen-Expert, ich kann es nur aus der Beobachtung und aus der Zeit jetzt, seit ich die Schimpansen kenne. Es ist wirklich sensibel und denen, die Pflegerinnen leisten dazu eine tolle Arbeit, weil die das sich auch als Lebensaufgabe gemacht haben, denen den Tag zu gestalten. Es ist trotzdem nicht in Freiheit, es ist alles sehr großzügig, natürlich gegen eine kleine Box im Versuchslabor. Das ist natürlich ein schönes Leben, aber was man dort der Kreatur angetan hat, dass man solche Tiere dann für Versuche in ein Labor steckt, das ist schon eine harte Sache. Und Labor heißt in dem Fall aus der Pharma oder aus der Kosmetik? Hepatitis und HIV. Also medizinische Forschung. Genau, medizinische Forschung, wollte man da bei denen betreiben. Und ja, hat bis heute noch nicht so richtig funktioniert, weil die Schimpansen halt Träger sind, aber jetzt nicht ausbricht bei ihnen, HIV. Ja, aber wie gesagt, das ist ein einzigartiges Projekt, müsst ihr euch unbedingt einmal anschauen. Das ist interessant. Haupttüriere sind aber keine mehr da. Tiger, Löwen. Nein, aber... Ich kann mich noch erinnern, als Kind, wir sind da durchgefahren und die Lama sind beim Fenster reingespuckt und die Löwen sind spazieren gegangen. Ja, und wie ich das erste Mal dort war, am Gelände, gehen wir so durch, haben uns das angeschaut und dann sagt der eine dort, ja, der eine Löwe ist eh auch noch da. Und dann habe ich gesehen, dass diese Bauten gar nicht mehr so sicher waren, aber der war Gott sei Dank schon so alt, der Löwe, dass er nicht mehr über den Zaun gesprungen ist. Er war nicht mehr sehr. Und jetzt nochmal eine Frage, weil ich habe vorher irgendwo gelesen, Akademie und Sie haben auch schon viel erzählt. Wie nutzen Sie die Sichtbarkeit hier und Ihre Reichweite, die Sie haben, um Tierbedürfnisse, Anforderungen, das Umgehen oder den Umgang mit Tieren und Tierwohl auch sozusagen was zu vermitteln und bei Ihren Besuchern und bei Ihren Mitgliedern und so weiter, dort auch was zu verändern vielleicht? Ich glaube, wir versuchen es einmal ohne den gehobenen Zeigefinger, einfach, dass Menschen zu uns kommen. Einmal der Einstieg ist quasi nur hierher kommen, es ist alles so angelegt, hoffe ich und so schön, dass die Leute sagen, es ist einmal ein schöner Aufenthalt für den Menschen. Also die Anlage ist einmal nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Menschen gebaut, weil dort, wo sich die Menschen wohlfühlen, sind wir überzeugt, dass auch etwas Positives entsteht. Und es sollte überhaupt keine bedrückende Stimmung sein, es soll positiv sein. Und jeder, der sich dann über gewisse Themen mehr informieren will, der kriegt dann Hintergrundinformationen oder der einen Kurs buchen will bei uns. Wir haben verschiedene Schienen, wirkliche Ausbildungen in der Tierhaltung oder auch Tierschutzthemen, um die wir uns annehmen. Jetzt gehen wir gerade in das Katzenhaus, in unser Tierwohnzimmer. Ist das Tierwohnzimmer? Ja, ist das Tierwohnzimmer. Das ist riesig. Okay, ah, da hinten sieht man schon die ersten Kassen. Man hört die Hunde, man sieht die Katzen. Genau. Ein prächtiges Wohnzimmer. Also Wohnzimmer ist leicht untertrieben. Und haben Sie auch Erlebnisse von Besuchern, die... Die Tür zu hat, dann lassen wir es einmal schnell raus. Das sind Hauskatzen, die da sind. Da vorne haben wir Katzen und die einzelnen Zimmer. Darum die Doppeltüren, damit sie nicht gestört sind, da wohnen die Hunde. Das sind jetzt Hundezimmer und die lassen wir jetzt raus. Gibt es auch Besucher oder Personen, die sagen, okay, ich habe bei euch was gelernt, ich habe meine Meinung oder mein Verhalten verändert. Aha, jetzt kommen die Hunde. Ja, Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank gibt es viele Menschen, die... Nehmen wir nur den Fabian. Der Fabian ist jetzt, der mit uns geht, mein Assistent. Wie der zu uns gekommen ist, war er noch sehr jung. Und den haben wir hoffentlich in den letzten zehn Jahren schon sehr geprägt. Das ist ein Opalas. Opalas ist das Mikro weg. Kurze Reparatur. Ich glaube schon, dass wir im Umgang und in der Empathie für Tiere und auch im Wissen für Tiere schon einiges bewegen konnten. Und ja, wir machen einfach so weiter. Also ankommen und ob wir das Ziel im ganz großen Stil verändern können. Aber ich glaube, dass wir mitgeholfen haben, das Bewusstsein für Tiere zu schärfen. Also ich finde, das war ein super Schlusswort jetzt. Wie hast du es gut Eiderbichl empfunden? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ist es anders? Also für mich überraschend und ich habe vieles gelernt, weil ich habe meine Erinnerung oder meine Wahrnehmung, ist glaube ich wahrscheinlich ungefähr an die 20 Jahre alt. Die war ganz am Anfang mal heraußen für irgendeine Veranstaltung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und ich hatte es damals, von damals in Erinnerung, ich sage da lang her, so als eben sehr Marketing- und Verkaufsgeschichte. Ich kann auch verstehen, warum man das so macht. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass das ganz eine andere Substanz hat und ganz eine andere Ausrichtung. Und ich finde es ganz spannend, den Ansatz zu sagen, so wie es sich gerade beschrieben hat, man lässt erleben. Und dadurch vermittelt man sozusagen auch Wissen und kann Verhalten auch von Menschen, die mit Tieren umgehen, irgendwo beeinflussen und verändern. Oder halt eben ein Wissen vermitteln, sei es mit Forschungseinrichtungen oder mit dem, was man hier selber zeigt. Also ja, ich habe viel gelernt und nehme einiges mit. Also ich kannte es ja eigentlich nur aus dem Fernsehen. Und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie schon für mich grenzwertig. Grenzwertig, das war ungefähr so Hans Hinterseer, Weihnachten auf guter Ederbichel. 20 Jahre lang habe ich gesprochen. Das war meine Vorstellung. Das kann ich auch auszeigen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich auch gelernt habe, dass es doch weitergeht, dass es nicht nur eine Marketing- oder touristische Veranstaltung ist, so a la Disney Land für Tiere. Trotz allem ist es für mich so irgendwie ein Grenzstein dessen, was noch Tierwohl ist und darüber hinaus wäre es dann schon eine Vermenschlichung der Tiere. Wenn wir uns jetzt ins Auto setzen, dann haben wir 27 Höfe, die als reine Bauernhöfe geführt werden. Das ist natürlich, weil wir die, die rein nur Gnadenhöfe sind, wo Tiere leben. Da gibt es natürlich keine so schönen Bauten, da ist alles ganz normal. Die Tiere nehmen die Bauten ja nicht so wahr. Aber wir brauchen natürlich auch einen Schauraum, wo wir unsere Arbeit zeigen können. Und das ist auch unser größtes Problem, ist die Selbstfinanzierung, dass wir natürlich einerseits schauen müssen, dass wir immer wieder Menschen für unser Thema begeistern, dass das Thema nicht verschwindet, dass die Menschen kommen, die brauchen doch etwas Neues oder müssen sich auch wohlfühlen in der großen Halle. Wir müssen immer was tun und auf der anderen Seite schauen, dass wir unserem eigenen Thema treu bleiben. Ich glaube, das ist der schwierigste Spagat, den wir heute immer machen müssen. Aber ich muss auch sagen, da ist uns fast jedes Mittel auch recht. Und wenn die Prominenten ein Licht auf uns ziehen, sind wir sehr dankbar. Also wir tun fast alles. Also singen kann ich noch nicht und das machen wir auch nicht, aber sonst machen wir doch fast jeden Foto. Nächste Weihnachten kommen wir wieder. Also eine gefährliche Androhung, wenn wir uns an singen. Aber auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Zeit und danke für die vielen Einblicke, die wir da jetzt bekommen haben bei unserem Rundgang. Vielen Dank. Und viel Erfolg für die nächsten 20 Jahre. Ja, ich danke für den Besuch und vielleicht schaut es so in einigen Jahren wieder vorbei und dann schauen wir, was sie wieder getan hat. Sehr gerne. Dankeschön. Danke sehr. Wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website tellerand.io. Bis zum nächsten Mal.